1, 2, 3, Lupi, komm herbeif, hey, er findet's wechs, e'kennen die noch kein Hex, fieben, acht, nink, wetzel den Roter, meiser, wundervolli's sehn. Da komm, ich mach' mal, Lupi. Hey, guck mal, hey. Was ist denn da? Halt dran. Was ist denn da? Gereich, e'perrt. Huch, da tut aber hart gemacht. Ich freu mich, was noch an eiser Wolli's dran ist. Was ist denn, Brett? Ein Hund. Sie ist die Mäuille. Du warst aber brav heute. Ich freu mich, was noch so gereichtert wird. Und ich wünsche dir Zeit, dass du dann das Brett-Messchen an Peter Christen ein gut möchtest, Geschichte. Ja? Ich habe gesehen, dass du noch wirklich breit warst. Und du hast sogar schon ein Buch dabei. Wär das Dat gereicht von Francesca Simon und David Melling in der Mitte. Dann schläuft der Oskar heute Abend bei seinen Grosseltern daheim. Das ist die aller-eiste Kärin, dass sie nicht daheim schläuft. Und dann kam, die sie noch nicht kennt. Er wird auch nach dieser Stadt aus. Den Oskar hört der Bankier ein komisches Geräusch. Gluck, 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 gluck. Bob, Bob, komm schnell, wer ist das Geräusch? Bob geht schnell bei den Oskar an die Komma. Sie schauen überall. Nächst hier, nächst da, nächst an dem Bett. Nächstes hier, nächst da, nächst da, nächst da, nächst da, nächst da, nächst da, nächst da. Ma Oskar, da ist der Schuss nahm in den Heizkirper. Alle, nächst an dem Bett und nächst da. Alles aus Ruhe, nächst da, nächst da. Bopop, komm schnell, was ist die Kamedi? Mö, Oskar, das tut es ihnen doch schuss nummen Pump jähn. Alle liet schon bett, amären Dodo. Alles ist ruhig. Mö, Bopop, komm schnell, was ist die Kamedi? Mö, Oskar, du hast doch nummen Flieger die Gratulange flitt. Alle liet schon bett, amären Dodo. Loh, es ist endlich ruhig, wir werden den Oskar dann los schlafen. Mö, Bopop, komm schnell, was ist das gereich? Mö, Oskar, das ist nimmend Madame Waffe, die am gängen, an die Null und Mauer zu schlafen. Alle liet schon bett, amären Dodo. Endlich ist es ruhig am Haus. Mö, Bopop, komm schnell, was ist das gereich? Mö, Bopop, komm schnell, was ist das gereich? Und jetzt rein. Zulker ist das gereich? Mö, Bopop, komm schnell, wer. Und vki, das ist unsere todos gebraten. Also ist doch Mist. Zulker textiv, wo لاficiente Steine看 oder die Anna flowbe. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen und ich schlafe den Ofen, das war gut. Bis bald!